Hallo du Liebe! Ja, ich möchte heute mit dir eine Übung teilen, eine ganz simple, effektive Übung, wie du deine Angst transformieren kannst, wie du mit Ängsten umgehen kannst. Es ist eine super wichtige Übung, die kannst du wirklich in deinen Alltag integrieren und aktuell ist es natürlich wichtiger denn je, dass wirklich jeder auch an seinen Ängsten arbeitet, dass du nicht in den Widerstand gehst, wenn Ängste aufkommen, sondern dass du die Angst wirklich, wirklich wahrnimmst und mit dieser Übung kannst du das tun und sie transformieren letztendlich, damit sie wieder zurückfließen kann in die Einheit und wir haben natürlich aktuell eine riesengroße Angstwolke hier auf der Erde und es kann sein, dass es eben auch gar nicht deine eigenen Ängste sind, die du wahrnimmst. Es kann aber auch sein, dass Ängste hochkommen, die jetzt getriggert werden, die eventuell schon seit Jahrtausenden in deinen Zellen gespeichert sind oder auch aus deiner Kindheit, aus früheren Leben, wo auch immer die Ängste herrühren, letztendlich ist das total irrelevant. Wenn du die Angst wahrnimmst, dann mach bitte diese Übung und gib sie auch gerne weiter. Die Übung kann unter Umständen etwas, also eventuell länger dauern und dann kannst du einfach zwischendurch mal den Pausenknopf drücken. Ich empfehle dir, dass du erstmal mit den kleineren Ängsten jetzt hier anfängst und etwas übst und dann kannst du die Übung nämlich auch ohne Anleitung alleine machen. Wenn es aber um eine Angst geht, die sich sehr überwältigend anfühlt, dann appelliere ich hier an dich, dass du hier eigenverantwortlich handelst. Ich muss es einfach dazu sagen, weil eventuell braucht es bei bestimmten Ängsten, vor allem eben wenn sie mit traumatischen Erlebnissen zu tun haben, dann braucht es vielleicht auch eine Begleitung. Ja und ansonsten kannst du dich auf die Übung vorbereiten, wenn du möchtest, eine Liste, also ein leeres Blatt Papier nehmen und einen Stift und alle deine Ängste aufschreiben, also alle, die dir so in den Sinn kommen, die aktuell noch in dir sind oder die immer mal wieder aufploppen, schreib dir ja wirklich alle auf, mach dir eine Angstliste und dann kannst du jede Angst einzeln durchgehen, also für jede Angst die Übung einmal durchlaufen und danach dann die nächste Angst bearbeiten, neu mit der Übung beginnen und so weiter. Du kannst das wirklich in deinen Alltag, in deine tägliche Routine einbauen, ja, sozusagen als eine Art Ritual, ja, Ängste loslassen. Du wirst merken, erstens, du wirst immer besser darin, deine Ängste zu transformieren und auch einfach nur da sein zu lassen und das Schöne, du wirst immer weniger Ängste wahrnehmen. Es ist wirklich so. Es kommen wahrscheinlich erst mal, wenn du dich eben dafür öffnest, Ängste hoch, von denen du gar nicht wusstest, dass sie überhaupt noch in dir stecken, in dir schlummern. Das ist ganz normal, weil du gibst sozusagen jetzt den Raum dafür frei und das ist das, was hier gerade auf der Erde passiert. Ganz viel Schatten darf jetzt an die Oberfläche kommen und ja, es kann überwältigend sein. Und ja, als hochsensibler, empathischer Mensch wirst du sehr wahrscheinlich auch viele Ängste von anderen oder vom Kollektiv wahrnehmen. Auch dann ist die Übung super hilfreich und auch wenn du an deiner eigenen Angst arbeitest, ja, arbeitest du automatisch auch für das Kollektiv. Denn stell dir vor, jeder Mensch würde jetzt diese Übung machen, jeden Tag. Ihr glaubt nicht, wie schnell wir hier in einer Liebeswelle wären. Ja, also, wir beginnen jetzt mit der Übung. Schließ hier für einmal deine Augen und wir machen gleich drei tiefe Atemzüge, bei denen du tief in deinen Bauch einatmest und schnell ausatmest. Du kannst dann ganz gezielt mit einer Angst aus deiner Liste, von deiner Liste oder auch ohne eine konkrete Angst in die Übung gehen. Und ich erkläre dir gleich alles Weitere. Also schließ deine Augen und ich hoffe natürlich auch, dass du ungestört bist. Das habe ich vergessen zu sagen, aber das ist ja klar. Nimm drei tiefe Atemzüge. Atme tief ein in deinen Bauch. Und dann schnell ausatmen. Und noch zweimal tief einatmen. Und alles loslassen beim Ausatmen. Noch einmal. Sehr schön. Wenn du möchtest, dann mach das Ganze noch ein, zwei Atemzüge. Und komme dann in deine normale Atmung zurück. Und ja, du nimmst dir jetzt entweder eine Angst von deiner Liste, die du aufgeschrieben hast, eine konkrete Angst. Oder du arbeitest ohne eine konkrete Angst. Das ist in dem Fall wirklich nicht so relevant. Und jetzt scanne einmal von Kopf bis Fuß deinen Körper, dein Energiefeld nach dieser Angst oder überhaupt nach Angst. Du kannst wirklich von oben an deinem Scheitel beginnen. Du kannst dir vorstellen, dass eine Art horizontale Lichtplatte von oben bis unten durch deinen Körper scannt. Und eventuell wird sie an einer bestimmten Stelle langsamer, wo es eben blockiert ist, wo Angst sitzen könnte. Vielleicht weißt du auch schon direkt, wo die Angst sitzt. Vielleicht fühlst du es schon körperlich, füßig, nimmst es wahr. Vielleicht bist du jemand, der weniger fühlt, sondern direkt weißt, wo die Angst sitzt. Das ist auch vollkommen okay. Jeder hat seinen eigenen Zugang. Vielleicht bekommst du ein Bild von der Stelle an deinem Körper, wo die Angst sitzt. Wie auch immer das zu dir kommt, wie du das wahrnimmst, geh jetzt an diese Stelle in deinem Körper oder an deinem Körper, wo du die Angst wahrnimmst. Und nimm diese Stelle wahr aus einer Beobachterperspektive. Lass sie einfach da sein. Beobachte diese Stelle an deinem Körper. Vielleicht ist es dein, ja, dein Hals oder dein Nacken, vielleicht dein Bauch oder an deinem Herz. Vielleicht fühlst du eine Enge, einen Druck. Vielleicht fühlt es sich leicht verkrampft an oder schwer. Geh ganz mit deiner Aufmerksamkeit auf diese Stelle und lass die Angst, diese körperliche Sensation da sein. Nimm sie wahr. Nimm sie an. Widerstand bringt nämlich hier gar nichts, sondern kreiert nur noch mehr Angst. Die Angst ist da, weil sie von dir gefühlt werden möchte. Sehr wahrscheinlich sitzt die Angst hier schon seit, ja, langer Zeit, vielleicht schon seit Jahrzehnten in deinem Körper fest und möchte endlich gefühlt und wahrgenommen werden. Du kannst mit der Angst sprechen. Du kannst sagen, ich nehme dich wahr, Angst. Ich sehe dich. Du darfst sein, liebe Angst. Und die Angst wird sich sehr wahrscheinlich ausbreiten. Vielleicht wird sie körperlich größer für dich wahrnehmbar. Vielleicht beginnt sie zu wandern oder es beginnt zu krippeln. Geh einfach mit. Egal was kommt, geh einfach mit. Vielleicht bekommst du Bilder, Erinnerungen. Lass es einfach sein. Vielleicht wandelt sich die Angst und du nimmst ein weiteres oder ein neues Gefühl wahr. Zum Beispiel Wut, Trauer, Frustration, Angst, Hilflosigkeit. Welches Gefühl auch immer jetzt bei dir präsent ist, lass es sein. Es hängt alles mit dieser Angst zusammen. Und vergiss dabei nicht zu atmen. Viele neigen dazu, flach zu atmen. Nimm bewusst immer mal wieder einen tiefen Atemzug und nimm die Angst wahr aus der Beobachterperspektive. Du kannst dir die Angst auch als Wesenheit vorstellen, vielleicht mit einem Gesicht. Und du kannst, wenn du möchtest, die Angst sogar umarmen. Und du kannst sie voll und ganz annehmen. Sie wirklich da sein lassen. Und du kannst sagen, liebe Angst, ich danke dir für deinen Dienst. Ich danke dir, dass du mir hier gedient hast, dass du mir etwas aufzeigen wolltest. Und ich nehme dich jetzt wahr, du darfst sein. Ja, an dieser Stelle kannst du die Übung eventuell pausieren, wenn du das Gefühl hast, es stockt noch etwas. Und ja, manchmal dauert es eine halbe Stunde, manchmal eine Stunde. Manchmal geht es ganz schnell, innerhalb von Sekunden oder Minuten. Pausiere also gerne hier das Video. Ja, und wir machen jetzt weiter. Die Angst, die hast du nun wahrgenommen und gefühlt. Und vielleicht nimmst du schon wahr, wie sie sich langsam, ja, wie sie langsam schwindet oder sich auflöst. Die Angst darfst du jetzt ganz bewusst zurückschicken, zurückfließen lassen in die Einheit, wo wir alle hergekommen sind. Wie auch immer du das nennen magst, die Einheit, die Quelle allen Seins, Gott, wir alle, auch die Angst. Wir sind von dieser Einheit gekommen und fließen dorthin zurück. Und du darfst die Angst jetzt dorthin zurückfließen lassen. Sie hat ihren Dienst vollbracht und darf jetzt wieder zurück. Vielleicht nimmst du wahr, körperlich, ja, so eine Art Krippeln oder wie es leichter wird an dieser Stelle, an welcher du die Angst ursprünglich wahrgenommen hast. Vielleicht siehst du auch Bilder, nimmst wahr, wie die Angst aus deinem Körper, aus deinem Energiefeld zurück in die Einheit fließt. Lass es einfach geschehen. Ja, und jetzt nimmst du noch einmal ein paar tiefe Atemzüge und bei jedem Einatmen atmest du ganz bewusst Liebe ein. Atme ganz tief diese Liebe ein, vielleicht auch in Form von goldenem, kristallinen Licht. Und das kannst du auch ganz gezielt an diese Stelle lenken, in deinem Körper, in deinem Energiefeld, an welcher eben noch die Angst gesessen hat, an der jetzt Raum für Neues ist. Und beim Ausatmen nimm wahr, wie sich diese Liebe, dieses hochfrequente Licht in deinem ganzen Körper ausbreitet, in deinem Energiefeld verteilt. Nimm noch ein paar Mal tiefe Atemzüge, atme Liebe ein und verteile sie in deinem ganzen Körper und Energiefeld. Ja, und wenn du möchtest, dann kannst du jetzt deine Augen öffnen, langsam und dich recken und strecken. Das ist immer super wichtig, vor allem, wenn du mit so Gefühlen wie Angst gearbeitet hast, wenn du Schattenarbeit gemacht hast, dass du dich reckst und streckst, damit auch das Licht überall hinfließen kann. Ja, komm wieder an, im Hier und Jetzt. Und ja, ich lege dir wirklich ans Herz, diese Übung täglich zu machen. Du kannst es tatsächlich in deine körperliche, energetische Reinigungshygienemaßnahme mit einbauen. Ja, stell dir vor, wir alle würden diese Übung jeden Tag machen. Das wäre so ein Wandel. Und ja, wie gesagt, es kann innerhalb von ein paar Minuten oder Sekunden gehen, je mehr Übung du hast. Es kommt auch ganz auf die Angst an. Bitte, bitte geh nicht in den Widerstand, wenn du Ängste wahrnimmst, wenn die Angst wirklich ganz, ganz akut ist und wirklich sich überwältigend anfühlt. Und dann hilft es sich manchmal, da rauszuholen, aber dann, wenn es wirklich etwas abgeflacht ist, dann ist es wirklich sehr gut, sich mit dieser Angst zu verbinden, sie wahrzunehmen. Nicht in der Angst zu versinken, ganz wichtig, sondern wirklich die Angst einfach da sein zu lassen. Und du wirst merken, es wird mit der Zeit immer leichter, dir wird es immer leichter fallen und du wirst immer schneller auch deine Ängste transformieren können. Das kann tatsächlich auch sein, dass du manchmal mit anderen Menschen vor allem jetzt in Berührung kommst, wenn es auch im Moment nur übers Telefon oder Internet ist. Und bei dir vielleicht durch irgendwelche Informationen, sei es in den Nachrichten oder in der Zeitung, wenn du sowas überhaupt noch dir anschaust, was ich grundsätzlich nicht empfehle, weil das von den Informationen her auch eher deine Frequenz senkt. Aber auch hier, wenn Ängste hochkommen, du kannst sofort diese Übung machen, je nachdem, wer gerade in deinem Umfeld ist. Wenn du alleine bist, dann kannst du die Übung innerhalb von ein paar Minuten machen. Und das Schöne ist, du wirst zuerst mal merken, dass immer mehr Ängste an die Oberfläche kommen. Du kannst dir das so vorstellen, dass sie jetzt alle sehen, wow, sie nimmt uns wahr, yay, ich will auch und blub, blub, blub kommen sie alle hoch. Wenn es sich auch nicht so angenehm anfühlen mag, wie ich es jetzt hier beschreibe, ist klar. Also ganz so leicht ist es eben nicht, es sind die Ängste und Angst hat ihre Berechtigung. Ja, es gibt ja auch die Situation im Leben, wo die Angst dir tatsächlich ein Wegweiser ist oder eine Hilfe, wo sie dich tatsächlich vor Gefahren beschützt. Aber bitte vergiss nicht, in den meisten Fällen ist die Angst nicht berechtigt, in dem Sinne, dass tatsächlich lebensbedrohliche Zustände herrschen. Es gibt so eine schöne Grafik, die habe ich mal geteilt, die heißt, auf Englisch heißt Angst ja Fear, also F-E-A-R-F-Ear. Und man kann es wirklich so aufschlüsseln, false expectations appearing real, also falsche Erwartungen, die real erscheinen, die es aber gar nicht sind. Weil nein, es lauert nicht um jede Ecke der Säbelzahntiger, ja, der vielleicht wirklich eine lebensbedrohliche Gefahr für dich darstellt. In den meisten Fällen ist die Angst tatsächlich sogar ein Wegweiser. Ich kenne das aus eigener Erfahrung und ich weiß, es ist bei vielen anderen auch so, dass wir sehr oft Angst vor etwas haben, was uns eigentlich genau auf unserem Weg weiterbringt. Und irgendwann lernst du auch zu unterscheiden, ist es wirklich eine Angst, die mich gerade vor etwas beschützen möchte, was Berechtigung hat, ja, oder ist es eine Angst, die nicht berechtigt ist, die mich einfach nur klein hält. Und egal, welche Ängste es auch sind, ja, die Ängste sind da, um dir aufzuzeigen, dass sie gefühlt werden möchten. Du brauchst es überhaupt nicht zu analysieren. Lass es da sein, mach die Übung. Und wie gesagt, du kannst mit einer konkreten Liste arbeiten. Du wirst merken, durch manche Ängste wirst du öfters gehen. Also, das heißt, die kommen vielleicht nochmal hoch, aber in abgeschwächter Form. Und die meisten Ängste werden aber ziemlich schnell von deiner Liste verschwinden. Also, du kannst dann auch wirklich deinen Körper abscannen und wirst die Angst nicht mehr finden, ja. Und deine Liste wird immer kleiner. Zu Beginn wird sie eventuell größer, weil du dich eben dafür öffnest und sie in dein Bewusstsein kommen, an die Oberfläche kommen. Was ja hier global aktuell passiert, ganz viel Schatten, der lange, lange, lange Zeit auf der Erde festgesessen hat, der kommt jetzt an die Oberfläche. Und das ist diese große kollektive Angstwolke, die hier um die Erde schwirrt und die eben von vielen wahrgenommen wird. Und natürlich berührt das auch die Angst, die in deinen Zellen gespeichert ist. Die wird jetzt getriggert und will auch an die Oberfläche kommen und gefühlt werden. Und letztendlich kann alles zurückfließen in die Einheit. Ja, und wenn du möchtest, diese Übung kannst du gerne auch deinen Freunden weitergeben. Du kannst natürlich auch gerne hier das Video teilen. Und, ja, das ist sozusagen ein kleines Geschenk und auch irgendwie auch meine Hoffnung, dass, oder, ja, meine Bitte, dass du das teilst. Entweder mit deinem, ja, eigenen Worten, du kannst ja auch deinen Freunden die Übung einfach erklären oder vormachen. Oder gerne auch hier dieses Video teilen. Es ist super wichtig, dass wir jetzt nicht unsere Ängste ignorieren. Die Ängste sind da, auch willig dabei, dass da sie ist, Wayshower und so weiter. Auch wir nehmen die Ängste wahr. Wir können sie genauso gut transformieren. Und es ist einfach wichtig, hier das Bewusstsein auch dafür, ja, da sein zu lassen, dass Ängste einfach dazugehören. Sie sind okay. Die Angst ist nicht dein Feind. Die Angst kann sogar dein Wegweiser sein. Und es geht aber auch wirklich darum, in die Frequenz der Liebe zu kommen. Natürlich ist es aktuell einfach noch so auf der Erde, dass es auch Interessen gibt, die Menschen in der Angst zu halten. Dann sind sie einfach leichter zu manipulieren, um das jetzt einfach mal hier so nebenbei noch zu erwähnen. Dessen bist du dir mit Sicherheit bewusst. Und es ist daher umso wichtiger, dass vor allem bewusste Menschen, erwachte Menschen, wirklich auch ganz bewusst mit ihren Ängsten umgehen, ja. Also, du kannst das übrigens auch mit anderen Gefühlen machen, diese Übung. Aber es geht jetzt ganz besonders um die Angst, weil die einfach so präsent ist hier auf der Erde. Und ich freue mich, wie gesagt, wenn du es selbst, das jeden Tag machst. Gerne teile mal deine Erfahrungen mit mir. Und, ja, eventuell lass dich auch bekleiden. Und, ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, wenn es auch nicht so angenehm ist, die Ängste wahrzunehmen. Aber du wirst merken, mit der Zeit ist es wirklich so, okay, ich scanne jetzt heute meine Angst wieder durch. Oder meinen Körper fühle ich irgendwo, nehme ich irgendwo eine Angst. Ah, okay, hier. Ich bleibe einfach hier, atme bewusst weiter. Also, die ganze Übung, die wir eben gemacht haben, du musst nicht mal wissen, woher die Angst rührt, warum sie da ist, welche Angst konkret das ist, ist es jetzt die Angst vor Spinnen, vor Höhe, vor was auch immer. Es ist egal. Es ist Angst. Sie ist da und sie möchte von dir wahrgenommen werden. Also, ich bedanke mich von Herzen bei dir, dass du deine Ängste da sein lässt und transformierst und somit auch hier die Schwingung auf der Erde global anhebst. Wenn du an deiner Angst, nur an deiner Angst arbeitest, wird die Energie auf der Erde so viel höher, du weißt gar nicht, welches Ausmaß es hat, wenn nur ein Mensch daran arbeitet. Und jetzt stell dir vor, nur zehn Leute arbeiten hier an den Ängsten, weil sie dieses Video gesehen haben, geben das an jeweils zehn weitere Leute weiter und so weiter. Wie sich das potenziert, diese Intention setze ich jetzt mal und ich sende dir ganz liebe Grüße von Herz zu Herz und bis bald, deine Veda.